so wir haben hier eine ESP aufgemacht habe ich sie schon so sieht es ausgepackt aus Gold Push Pull Hamburger IC256 heißt sie von LTD Bindings an der Seite ganz schmale hier darf nicht fehlen das sind die Seiten die Dario Sattel mit in Vietnam ESP Schaligen also LTD gut das ist ein Mahagoni Korkus Mahagoni Hals verleimt ein weißes Banding ja das ist auch viel zu sagen das wird schon Porno diese Flakes da drauf das ist der Wahnsinn hier kann man übrigens dann auch auf Single Coil umschalten jeden einzelnen Hamburger den oberen die Mechaniken das ist richtig gut nicht so leichtgängig nach der Ton das ist so ein bisschen ja nicht so wild hier die Flex schön gemacht da muss man sagen haben sie schon was dabei gedacht hier ist ein Fehler ich weiß nicht ob man sieht 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 man da da ja ein Fehler beim Lackieren ja ist das dann schon zu weit ich weiß es nicht naja zumindest sieht so schick aus auch hier dreiteilig hier sieht man es und hier dreiteiliges Mahagoni naja auch so guck mal wie es ist dann schauen wir mal weiter das sieht schon mal ganz gut aus so ich denke das war es soweit das ist fast so ist wahr so Musik Musik Musik